Wie schön wär das, wenn ich einmal als alter Handelsherr mit den anderen alten Handelsherrn beim jungen Wein sitz, wenn dann so im traulichen Gespräch das Eis aufgehockt wird, wenn ich dann bei den lebhaften Ausverkauf alter Geschichten sagen könnt, ach, ich war einmal ein verfluchter Kerl, ein Dexelsmenschen-Schwerk. Moment, ich hab's. Ich mach mir einen Jux.